Der dritte Auftrag und zwar Würfel in verschiedenen Matches, Realitätserweiterungen neu aus. 5 Stück, 16.000 XP. Was bedeutet Würfel, also dass wir es neu machen müssen? Ihr geht hier bei Realitätserweiterungen, dann seht ihr hier Aktivieren und Aktivieren, aber unten steht auch Auswechseln, Halten. So, ihr drückt das einfach gedrückt, dann habt ihr 1 von 5. Und das macht ihr nicht hintereinander, sondern in verschiedenen Matches. Also wir zum Beispiel verlassen jetzt, gehen in ein neues Match und machen das wieder. Ja, das müsst ihr halt 5 Mal machen, habt den Auftrag auch abgeschlossen, Leute.